hallo hallo herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wie uns schon erkennen könnt bin ich an einer mx halle in bayern und ja es kamen jetzt längere zeit keine videos tut mir leid aber jetzt wird wieder voll losgelegt und ja bis gleich aber es ist ja auch ein hartes motorrad die sieht so factory aus weiter aber hier perfekto alter reisen und so und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Start! gestartet sperren ... so mittlerweile bin ich wieder erschöpft aber glücklich zuhause angekommen es hat viel spaß gemacht ich hoffe es hat euch auch spaß gemacht zuzuschauen gebt einen daumen nach oben und bis denne